Hallo, da sind wir wieder. Wie ihr seht, das Ding brennt noch. Ihr habt nichts verpasst. Kein Gecheate, kein Geheule. Weiter geht's. Wir brauchen hier irgendwie solche... Da, die brauchen wir, genau. Die. Die. Schwarzfelspulver macht kaputt. Die Kanonen. Ruck, zuck, zuck. Oh, da vorne. Hallo. Hallo. Alle weg, alle weg, alle weg, alle weg. Ich war ein Zuhörer. Ich kann es noch um. Ein Ranken umschlugen. Unes Großschwert. Und ein Fast One-Hit. Ja, genau. Aber damit kann ich wenigstens alles anzünden jetzt. Was ist das? Sprengpulver kann man auch in Kisten finden. Jetzt machen wir hier die weg. Ich bin außer Reichweite. Das wäre fünf von fünf. Somit fehlt nur noch... Da hinten einer. Der müsste da hinten irgendwo sein. Arbeitstrupps bereit. So. So, da bin ich wieder. Ich musste kurz einen Schnitt machen. Ja, hier war wieder... Zwergenheule. Ja, Zwergen können heulen. So, weiter geht's im Text. Wir waren stehen geblieben. Auf dem Weg. Nach Mambesino. Ach, da steht er doch. Da steht er ja. Vier, drei, zwei... Gut. Los geht's. Dieser Zauber ist noch nicht rein. So einfach. So einfach. Jetzt macht er den hier. Kann ich nicht tun. So. Es ist ein guter Tag zum Kämpfen. Kettenstiefel. Kann ich einen ziehen? Kann ich einen ziehen? Kann ich einen ziehen? Dann ziehen wir die doch an. Sprecht mit Durutan in eurer Richtung. Enklaan. Hey. Ab in unsere Garnision. Dann können wir auch gleichzeitig wieder die Missionen angucken. Sehr schön. Da kann man ja vieles machen. Kaka. So, erstmal hier. Grüße. Tja, ja. Für Spurensucher Götze. Spurensucher Götze der Wut. Die Dipps nerven. Da hinten ist jemand in meiner Garnision. Da ist er. Du, Rutan. Das Blut der Frostwölfe ist... ist er. Ich habe eine. Ich habe dafür gesorgt, dass sie zurückbleibt und sich um unsere Kleinen kümmert. Ihr wolltet, dass sie zurückbleibt? Wir sind im Krieg. Mehr denn je gehört eure Familie an eure Seite. So, habe ich das noch nie betrachtet. Ihr seid ein merkwürdiger grüner Ork. Grüne Orks sind merkwürdige grüne Orks. So, oh, hier eine Quest. Kommandant! Buch der Garnision. Benutzt den und eure große Halle auszuwählen. Goblinisches Präzisionsdesign! Erstmal muss ich das... Alter! Garnisioneslager. Sechs Ressourcen. Um meine große Halle-Auto weitern. Grote Halle. Aufwärten. Ja, komm. Ich habe euch und eure Truppen viele Schlachten auf Draenor gewinnen sehen. Nun stellen wir uns gemeinsam der größten Herausforderung. Der Eisernen Horde. Mehr Bauplätze. Fort von Burfi. Also, jetzt... Festung. Von Burfi. Alter, ist die riesig. Was geht denn? Was geht denn? Was ist die riesig? Das ist mir hier alles zu groß jetzt. Da muss ich rein, übrigens. Ach, du gröner Mann. Ein Kräutergarten. Frostweilmine. Frostweilmine. Gazerne, okay. Anglerhütte. Wir sind für Mittel. Frostweilschenkequartier. Quartiert jeden Tag ein Abenteuer in eurem Gasthaus, ein, der mit einer Dungeon-Quest eine große Belohnung anbietet. Ermöglichet euch, keine Bäume in Dreno zu merken, die gefällt mir nur noch als Arbeitsaufträge. Was ist klein? Ja, das müssen wir jetzt mal gucken. 150. Na, komm, wir machen ja, ich check jetzt erstmal, was wir hier... Befehlstich. Abgeschlossene Mission. Mission gescheitert. Nein. Mission erfolgreich. Gefahr von oben. 73-prozentige Chance. 100-prozentige Chance. Mission starten. 29 Minuten. Stahl. Ermöglichet das Fangen und Ausbilden spezieller Reittiere auf Dreno. Er lässt euch außerdem im Freien von... Ach, das ist groß. Okay, groß kann ich noch nicht. Erfordert Stufe 100 und die Quest meine ganz eigene Feste. Handelsposten. Jeden Tag kommt ein Händler vorbei, bei dem er Handwerksmann kaufen könnte. Ermöglicht Handwerksmaterialien gegen Darnisionsressourcen einzutauschen. Faszinierend. Ermöglicht Sicherung und Unterwasseratmung im Außengediff von Dreno und ermöglicht außerdem Nemesis-Quests. Wenn über weniger als 100 verfolgen wird jeglicher Lensschaden in den Außengediff von Dreno um 5% Wärme. Glagiatorenturnier im Kolossium von Hochfels. Ach komm, wir bauen das jetzt einfach mal. So. Wird gebaut. Scheiß doch, der Köter drauf. So. 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 Wo haben wir die nächsten Quests? Was sind das jetzt hier? Verwundete Verteidigerin. Die gehen wir dann aber mal eben retten. Nee, ich darfst niemanden verwundet in meiner Garnision kämpfen. Das war doch der richtige Weg hier. Hallo. Also so geht das ja jetzt hier nicht, die kleinen Drecksäcke. Das lehnt immer noch auf. Nee, 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 nee. Greifen die einfach so an? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich habe kein Ziel. Und da kommen direkt die nächsten. Und meine verwundete Verteidigerin ist weg. Gut. Dann auf zu neuen Taten. Quests abgeben und zwar oben in diesem Gebiet. Und hier bauen sie fleißig an meinem Kram. Wer will fleißige Päons sehen, der muss so mit meinen Players gehen. Hallo. Hallo. Was sind wir wieder vor? Was denn das? Angellehre. Muss ich mich verarschen. Hier können wir doch nicht angeln. Nicht, dass das hier Orgrimmer werden könnte. Aber das ist ja eine ganz andere Welt. Nee, wen ich suche, ist der ein Flugmeister. Da ist er. Planlos durch die Garnisierung. Neuer Film von Louisville. Seit dir bist. Da würde ich hinfliegen wollen. Tja, was kann man noch so erzählen? Beziehungsweise nicht erzählen. Und tun und lassen. Was immer wir auch hassen. Ja, da sind wir. Und los geht's. Oh, jetzt bin ich hier in den weiten Weg gelaufen, ey. Können wir nicht auch noch ein Inni machen oder so? Da war doch was, dass man irgendwas mit Innis machen könnte hier. Jetzt muss ich mal eben glotzen, dass hier irgendwie grüne Punkte geben könnte. Nix. Später. Später. Inni, Inni, Inni. Ich will einen. Ich will jetzt einen Inni. Kann ich? Ich kann die Blutschläger-Mine geben. Gut, dann. Gruppe finden. Rolle für manche Dungeons nicht verfügbar. Gruppe finden. Ihr befindet euch in der weiten Schlanke des Dungeon-Browsers. Oben links. Wie lange muss man denn da so auf? Es ist Samstag. Wie lange? Samstagnacht warten. 20 Minuten. Hier sind mir zu viele Würmer. Muscht er rein? Ne. Oh, wo ist das denn für einer? Den lasse ich in Ruhe. Weil der ist 100. Da muss man rein. Grosch der Mächtige, bitte. Na, da kommt der. Hier kommt einer. Grosch der Mächtige. Lasttier. Lasttier. Was macht denn das? Ermitteln. Was ist denn das? Grubian. Oh, gron. Hier war gerade einer vor mir. Oh! der die 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 auch mit dem getanze wo ist der Köter Begleiter ist nicht tot auch der geht ja eigentlich schnell ohne abwehrmittel erledigt muss ich scheiße auch noch zurück gut das ist eine auto hier was ist hier los 17 minuten noch 17 minuten wer bietet mehr wer bietet mehr gleich da rückwege sind immer schneller als hinwege da springe ich jetzt ich hänge in der Spalte fest ja geschafft Gott sei Dank gecheatet Hallo Mann auf dann der Zauberer Schattenjäger Ralla Quest beendet Tata Ralla gehört jetzt zu meinen Anhängern ja dann ab zur Speerspieß zur Festung ja würde ich so sagen dann kämpfen wir uns nach oben durch alles klar oder habe ich noch was in der Galision 5 minuten noch ok Speerspieß wir haben wir diese langweiligen Szenen ne Knochen 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 Schlucht sagt man übrigens auch zu einer ganz ganz dünnen Frau na du Knochen Schlucht ja ach ja wie ihr seht oben rechts auf der Uhr 1.20 Uhr an einem Samstag beziehungsweise an einem Sonntagmorgen ist ein bisschen spät Knochen Schlucht hier wollen wir näh ich weiß nie wo es runter geht hier gehts runter wiii boah 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 oh Gott hier vorne erwartet uns die nächste Quest komm komm wenn wir so weitermachen werden wir heute noch in dieser Aufnahmesession 42.000 der ist da drinnen dahinten jeder leistet seinen Beitrag sammelt sammelt Rums Kopf Gulux Kopf und Sprocks Kopf wir kämpfen gemeinsam gegen mich heilt für den Klan für den Klan Herrwein des Krieges hat das sicher hin erst mal ihmchen hier zack wenn wir Gegengift brauchen holen wir uns jetzt erstmal Gegengift sind der wollte mit Felsen auf uns werfen schießt 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 aus dem Boden wie ne sau boah boah ok ok 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ich bin immer noch gewohnt beim gezielten Stoß stehen zu bleiben das ist zu weit entfernt ich brauche ein Ziel ich habe kein Ziel ich brauche ein Ziel da ist doch ein Ziel du Lappen die Fokus Regeneration ist ja auch für den Arsch die brauchen wir besser so jetzt habe ich zumindest den ganzen Schnatter zusammen und jetzt wird geheilt und jetzt wird geheilt gegen Gift verabreißen scheiß Geomanden gegen 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 Gift das ist gegen das Gift denn es ist gegen Gift die brauchen wir nicht kann ich noch nicht tun kann ich noch nicht tun den müssen wir kurz mal weg machen das tut mir leid hallo rums 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 die rums die rums die tja das kommt doch von wenn man dich mit Jäger einlegt Gib mir deinen Kopf, du kriegst da einen meinen. Na, die hätten wir dann jetzt auch geheilt. Nerven die auf der Karte auch nicht mehr. Sehr schön. Nach oben. Ja, so langsam. Hier gibt ein Kolibri. Kann ich noch nicht leben. Kann ich noch nicht tun. Sploxkopf. Wo ist der letzte Kopf? Da irgendwo. Wo kommen die denn da hin? Jetzt fangen wir erstmal hier wieder zurück. Vielleicht hilft es hier. Hier außen rum. Außen rum. Außen rum. Außen rum. So, wir werden aber jetzt erstmal... Das ist falsch, wo wir hier, glaube ich, sind. Na, wir werden jetzt erstmal eine Vollpause machen. Wir sind, glaube ich, schon jetzt fast an einer halben Stunde dran. Dann werden wir hoffentlich in der nächsten Folge endlich mal die erste Instanz sehen. Da bin ich echt gespannt. Die sollen richtig gut sein dieses Mal. Na, dann sehen wir uns morgen. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020